Moin Leute, wieder Info, es ist alles ehrlich gesagt gerade vorproduziert, dass es auch über den Urlaub weiter hinaus geht. So, ich habe noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, das wäre Fallout. Boah, voll falsch geschrieben, Leute. Fallout, das sieht man gar nicht, ne? Mach mal hier unten. Fallout Shelter, so, Fallout Shelter. Leute, das Spiel könnte ich komplett in einen neuen Spielstand machen, der ist echt geil. Für mich sind gerade ehrlich gesagt, alle Ideen sind super geil und würde mich echt sehr freuen, ob ihr auch in dieser Meinung seid. Aber, ja, da müsst ihr auch richtig schön aktiv sein, weil da jeden Tag ein Video kommen würde von Fallout Shelter. Da würden sogar Livestreams kommen, glaube ich, wenn es gehen würde. Und, ja, dann können wir da Livestreams, Videos gehen und das ist ja auch eine lange Serie, ehrlich gesagt, Fallout Shelter. Und, ja, wenn ihr dazu Lust hättet, lasst gerne in diesem Video ein. Moment, 1, 2, 3, 4, ein Like da. Das würde mich echt sehr freuen. Und ja Wenn ihr ein Like da lassen würdet Und Ja Leute, wir sind